Wir starten heute unsere Themenwoche Aus- und Weiterbildung mit der ETO-Gruppe in Stockach, einem Betrieb, der als Deutschlands bester Ausbildungsbetrieb der Automobilbranche ausgezeichnet wurde. Warum das so ist, schauen wir uns am Beispiel des Berufsmechatroniker an. Aus mechanischen und elektronischen Komponenten komplexe mechatronische Systeme bauen. Das gehört zur täglichen Arbeit eines Mechatronikers. Bei der ETO-Gruppe in Stockach vermittelt man den Auszubildenden deshalb den technischen Background in allen Bereichen, Step für Step. In der Lehrerstatt bekommt er alle Grundfertigkeiten, vom mechanischen Bereich bis hin zur Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und dann ist ab dem zweiten Lehrjahr der sogenannte Abteilungsdurchlauf geplant. Das heißt, er kommt in jede Abteilung bei uns in die Firma, zum die Firma kennenlernen und aber auch den Ausbildungsberuf selber, was er später in den Abteilungen damit machen muss. Neben der Ausbildung zum Mechatroniker gibt es auch die Möglichkeit, sich zum Industrie- oder Zersparnungsmechaniker sowie im kaufmännischen Bereich ausbilden zu lassen. Weil die Ausbildung einen sehr hohen Stellenwert hat, investiert man hier regelmäßig in die Zukunft. Gerade heute ist es so, dass das Marktumfeld sich so stark entwickelt, die Technologie, autonomes Fahren, Elektroantriebe. Es passiert so viel gerade Internet of Things, dass es eigentlich nicht reicht, mal eine gute Ausbildung gemacht zu haben, sondern wir wollen die Leute sehr gut qualifizieren, aber dann vor allen Dingen auch begleiten auf dem Weg. Und wir haben uns so zum Ziel gesetzt, dass jeder die Chance hat, bei uns das in sich wachzurufen, was in ihm steckt. Hierbei legt man vor allem Wert auf Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Auszubildenden. Hier haben wir eine eigene Lehrwerkstatt, wir können uns selber ein bisschen was beibringen, Stück für Stück da reinkommen in den Beruf und das finde ich echt klasse. Laut Azubi Yannick Eicheler gibt es genau deshalb keinen monotonen Arbeitsalltag. Wir haben hier Abteilungsdurchläufe, in denen wir mal was drehen müssen, was fräsen müssen oder halt auch hier können wir uns hinsetzen und können die komplette Anlage programmieren. Und das heißt, ich kann eigentlich gar nicht so einen richtigen Tagesablauf geben, weil ich jeden Tag eigentlich was anderes machen kann. Zu einer guten Ausbildung gehört aber nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch eine angenehme Atmosphäre, in der sich die Auszubildenden wohlfühlen. Die Edel ist sehr fortschrittlich und das hat mich einfach total angesprochen. Die sind alle total freundlich hier. Eine Freundin von mir hat auch in der Produktion draußen gearbeitet, hat gemeint, ja, fang doch bei der ETO an, das läuft gut hier. Wir sind hier eine große Familie, wir sind hier 60, 70 Azubis, hier ist immer was los, wir sind immer ran, wir zusammen waren und ja, ist echt toll. Aber da freut man sich morgens auch drauf, zum Arbeiten zu gehen. Motivation, Freude an der Technik und Teamfähigkeit sind Grundvoraussetzungen für die Ausbildung bei der ETO-Gruppe. Genauso wie eine gute bis sehr gute mittlere Reife. Der berufliche Einsatzschwerpunkt des Mechatronikers wird darauf liegen, den Planeten lebenswert zu erhalten und das Leben der Menschen sicherer, komfortabler und effizienter zu machen. Die sind alle, 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 die sind alle. Bis zum nächsten Mal.